Papa, Papa, was haben wir in den Kopf zu tun? Oh nein, und jetzt? Müssen wir ein bisschen kühlen. Komm her. Na toll. Schatz, komm mal bitte. Schatz, schau mal, warum kann man die nicht wieder zurück in die Kühltruhe legen? Keine Ahnung. Komm her, ich hab eine Idee. Die Mama kühlt deinen Kopf, okay? So, warte. Ist das gut? Ja. Geht gleich viel besser.